Ah, hallo, sind Sie die Mama von Peter? Ja, hallo, ja. Ja, ich bin die Mama von der Anna. Ah, freut mich. Ja, und die Anna hat eine Einladung zum Geburtstagsfeier von Peter bekommen und ich wollte sie eh schon anrufen, weil die Anna kommt natürlich gerne. Sie freut sich schon sehr. Ja, super. Und ich wollte fragen, was wünscht sich der Peter denn zum Geburtstag? Naja, also am liebsten spielt er mit Lego. Ah, super. Er baut eigentlich ganz viel, ja. Ja, und in was für eine Richtung? Also eher so Autos oder Raumschiffe? Unterschiedlich, alles. Alles, was ihm unterkommt, aber er entwirft auch selbst Sachen. Also, das ist ganz egal. Also vielleicht sowas, ich habe gesehen, es gibt da so einen kleinen Pack, wo einfach nur viele Steine drinnen sind, auch so ein bisschen kompliziertere. Den habe ich nämlich für meinen Neffen jetzt zu Ostern gekauft. Meinen Sie, wäre das vielleicht was für... Ja, das wäre ganz ideal. Ja, super, dann werde ich das besorgen. Und dann wollte ich noch fragen, also die Kinder gehen gleich nach der Schule. Kommen Sie zu uns mit, ja. Und wann soll ich die Anna dann ungefähr abholen? Naja, ich habe so an 19 Uhr gedacht, ja. Wir können ja dann noch ein bisschen zusammensitzen oder so. Ja. Mit den Eltern. Ja, super. Ja. Na, dann komme ich Sie am Freitag dann um 19 Uhr abholen. Okay, fein, dann freuen wir uns schon. Gut, danke schön. Bitte, wieder schauen. Wieder schauen. Scheine. Also, pega die Mama.